Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege und wir spielen Team Death Match mit dem Royal Finger, mit dem Dalu Card und mit dem Crab Swarm. Endlich mal wieder eine Runde Minecraft. Ich hab extra gesagt Leute ich bin kein reiner Minecraft Spieler und Dalu Card der ärgert mich damit. Ich ärgere dich da nur. Bin ich wert geärgert die ganze Zeit. Schöne Map die kennst du dann noch nicht. Ja das ist bisschen wie in Minecraft so. Wobau. Wenn du so einen Ofen gebaut hast, so eine Workbench. So ähnlich ist die Map. Wir sind so behindert naja. Also richtig. Oh warte mal hier sind die Geiseln. Ah shit. Jaja das sind Geiseln. Die sind genauso gut animiert wie die Zuschauer bei Thief. Ich verstehe jetzt nicht meine Maus. Alter die ist total komisch. Die ist richtig schnell guck mal. Ich berühre die Maus ganz wenig. Richtig übertrieben. Fettler hielt sich auf den Sand. Haben wir schon noch welche Ratten hier im Haus? Zwei von fünf sind kaputt. Eins fällt die Treppe hoch. Fünf Sekunden. Cool der Stellsender. Selbst. Gut klappt. Nice. Hast du geschafft. Liegen irgendwo eigentlich wieder Sachen rum? Oh ja. Sehr schön. Welche Sachen? Ja Kevlar. Anziehsachen. Neue Klamotten. Ich hab ein Ding. Alter ist Zander. Was machst du denn da? Alter hau ab. Schieß doch nicht auf mich. Was ist denn los? Hast du ein Ding gefahren? War secured. Pass mal auf. Ich mach jetzt was richtig geiles. Hier im Flur. Oh. 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 Alter was machst du denn da? Obrechst du der Robin verrückte. ich bin da und sander helfen mir oh mein gott war aber gut einer von den gegnern konnte nicht mit c4 umgehen haben wir noch mal glück gehabt genau klar machen wir die tür zu haben auch keinen bock mehr auf den scheiß da draußen wie schon drin ich bin kommen die glaube ich einer geht treppen hoch alter im flur herzlichen glückwunsch alles gott und von hinten und von allen seiten nur noch einer oder ja 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 warte warte jetzt kommt er ist aus dem fenster raus oder gute erste runde mal wieder das war wunderbar ich bin ein bisschen stolz auf uns ja ich kann mir nur den rekruten nehmen der ist gut ja deswegen habt ihr ja alle können wir bitte auch so gleich beim spawnen oben spawnen also ach so ja hier ist shooting range der spawn ist richtig scheiße der herrn ach komm ey kennst du komm alter jungen wie er da schon steht alle stehen da mit so einer coolen pose und meiner steht da wie ein hamlet ey wie so ein hamlet was ist denn los mit dem oh der loading bug jetzt siehst du mal was neues vom spiel haupt sache alle haben richtig die geilen sachen an und die frau hat einfach eine jeanshose und joggingschuhe na und ich meine ich habe pinke sohlen ja kannst du mich mal bitte in ruhe lassen hallo links ist auch eine frau habe ich mir mein smartphone an die hand gebunden stimmt wird jetzt auch im start das stimmt wir sind zwei frauen hier und der bug heißt ist aber nur warten ich glaube man muss noch länger warten naja es kann kommt darauf an ob er ein huhr entschuldigung mit drauf schneiden kommt darauf an ob er ein nicht so netter spieler ist und das spiel nicht verlässt einer im gegnerteam lädt nur und das ist halt verbuggt also er ist eigentlich schon da und der muss gehen und er hatte doch es gegangen sind nur vier sehr schön Entschuldigung bitte für das böse wort ja ich weiß ja trotzdem interessanter dass die minecraft zuschauer nicht so gewohnt sind solche bösen worte Also, wollen wir wetten, ob es als erstes drauf geht? Leute, das ist übrigens alles nur Spaß. Definitiv. Ja, erster Stock, oder? Sieht gut aus. Oben. Keep rolling. Ja, bis dahin gesehen, hier. Zweiter Stocksucker. Was suchen wir überhaupt? Die Bombe? Ja, diese Container wieder. Der Biohazard Container located. Copy. Zweiter Stock. Da, wo markiert ist, oder? Ne, da ist secure. Warum steht denn da jetzt secure? Ja, weil wir da hingehen. Wir müssen den Raum rein und einfach drin stehen bleiben. Wir sind auf Sniper-Position. Muss ich irgendwas aufmachen für dich? Ja, das Fenster vor secure. Das hier? Ja. Oh, aber das ist gefährlich für dich, weil du dreimal reinschlagen musst. Das ist kacke, Crabs. Soll ich da drauf schießen? Ich kann doch von draußen drauf schießen. Ich glaube, wir sind... Nein, Entschuldigung, ich wollte erst gucken. Ich glaube, wir sind ganz hinten durch. Da ist nichts. Da ist doch mal ein Ungebrot. Sieht direkt durch. Flasch oben. Hier ist gar nichts los, Ralle. Ja, ja, ist gut so. Ist gut so. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Wo ist denn diese doofe Kamera hier draußen? Pass auf, Zander, ne? Da geht die Action über dir. Wir sind stark, da kannst du mit V weglocken, im Übrigen. Hinter die Crabs, hinter die Crabs. Ich sehe, was passiert? Sorry, Dalu. Sorry, bin ich. Ist die da drin? Ja. Ich bin down. Ich komme rüber, Zander, kannst du zurückkommen? Alter, ich komme, ich komme, ich komme. Hey, komm, hin. Hey, komm, hin. Lass, Zander, lass, Zander, lass, Zander. Okay, nice, danke. Einer von denen ist low. Scheiße, Zander, ich komme noch nicht hin, ne? Ich bin down. Ich mache mit der Miete die Wand weg. Vorsicht, Leute. Ich werfe mit der Drohne rein, Entschuldigung. So, eins. Der sitzt in der Ecke. Der in der Ecke wurde einmal getasert, zweimal getasert. Ich habe einen tot getasert. Nice. Haha, leide. Ja, ist die Kamera raus, schnell. Doch. Doch, kann man die Drohne nicht mehr verlassen? Ah, doch. Ja, ich war wieder im Chat. T oder 5? Ja, nein, ich war wieder im Chat. Ich habe ganz viele gefunden. Ich bin auf T rauszusehen, wenn ich aus der Drohne rauskomme. Wo ist denn der Chat? Ist der auf T? Ja, auf T ist all und auf Z. Moment, auf Z ist Teamchat. Ja, ich habe gesehen, dass der eine rausgepusht ist. Wie kommst du denn auf T und Z, Alter? Wenn du die 5 drücken willst, um aus der Drohne rauszugehen, das T ist direkt da drunter. Ich habe da mal ein Beispiel vorbereitet im Chat. Ja, krass, du hast echt gut gemacht. Schaut auf dich. Ich gehe in die Dining, nee, Armory bin ich. Ich will Armory. For dir? Armory ist ohne Keller, das ist immer solide. Keiner macht irgendwas. Na und? Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Armory. Also nicht der mit dem Nies fallen, sondern fischen. Gegen. Geil, es kann man vielleicht 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 folgt, was am Fort fallen. Armory, drone located the biohazard container. Super. Hier gefunden haben sie die Bombe eh schon. 10 Sekunden zur insertion. 5 Sekunden zur insertion. Deploying ADS! Deploying Jammer. Hier geht los. Nein, wir machten jetzt hier die... Boah, Skystorm, Alter. Will nicht. Alter, Craps. Da kommen sie. Gehen unten rein. Und ich komme nicht mehr zu euch, ey, super. Du kannst mit 11 festhalten, dass du das Ding sofort einweißen. Ab ein. Na wo? Ja, der war gerade am einbrechen. Ich habe ein C4 aus dem Fenster geworfen. Die sind oben. Nein, Finger, die sind oben. Ja, alles klar, aber hier hinten ist noch eine Treppe. Da kannst du auch runterkommen, deswegen. Komm, rein, mega. Hast du ihn? Ja. Kann ich noch nicht wieder überleben. Ey, ich bin down, klar. Der Tod ist. Boah, dieser Sack, Alter. Der kommt von oben in den Raum, Rolf. Mit der Treppe? Nein, oben. Da hinten in der Ecke, wo ich gerade gestorben bin. Dann habe ich die Beine weggezogen, ja. Ich habe ihn auch noch getroffen, oder nicht? Drei Minuten von oben, kommt einer runter. Bitsch und down, Bitsch und down. Bin tot. Wurzke teamkilled. War kein Gegner. Ja, Skystorm hat ich umgebracht. GG, Skystorm. Haben die Infos für mich? Leider nicht, sehe überhaupt nichts. Wie kann man denn deinen eigenen Mann erschießen, Alter? Ja, Zander. Hä, was? Krumm, du hast ein Feuer auf mich eröffnet, beim letzten Mal. War das eine Drohne? Die Leute, die keine Ahnung von Minecraft haben. Ich kann da noch einen Notstour, ey. Ciao. Ja, ich kann nicht zünden, wenn ich am Boden lieg. Ach, der hat auch eine Gasmaske? Oder ist das nur visuell? Nee, alle drinne. Kriegst du auch, warum? Alter, wieso hat der nicht die Chancen? Was ist da hin? Der hat ja, der hat ja mit Flecks so wie einen toten Stein, ey. Der hat ja auch von 85. Ach, als Maul. Er ist zu aufwegend für ihn, glaube ich. Skystorm, 85. Aber er wurde doch von Musique 96 getötet. Oh Mann. Der ist wie, der 96er ist ähm, fitter noch. Ja, das ist ein... Oh, der Skystorm, ey. Der nimmt mir immer mein Ding weg, ey. Hättest du ihm das weggenommen, hätte er dich umgebracht. Ja, wahrscheinlich. Ich nehme jetzt ein Ballistik-Shield mit. Muss man das werfen? Ja. Ja. Das ist ein Ballistik-Shield. Du musst deinen Kopf schmeißen. Klang. So ein Captain America. So eine kleine, runde Scheibe. Hör auf. Jemand, der da notiert, wird nicht beleidigt hier, ja? Ein Frisbee wirft er dann. Boah, ehrlich. Ich glaube, ich bringe den Skyfall-T-Shield rein. Nicht töten. Warum? Wir brauchen ihn. Er fängt Kugeln ab. Ach klar. Gerade hat man gesehen, wie man den braucht. Ja, aber er hätte... Er hat nicht geschossen, wo... Das war ein Versehen. Er hat sorry gesagt. Und Merde. Merde. Merde ist aber eine Beleidigung. Nein, Merde ist scheiße. Scheiße eigentlich, ja. Merde Gung, du Scheiße. Ja, ey. Oben. Ganz oben. Ja, ist aber... Ich sehe nichts im dritten Stand. Den dritten sei schon am zweiten. Ah doch, wir sehe hier. Dann fahr doch in den dritten. 10 Sekunden zur Insertion. Das ist kein dritten geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch da. Ja, ich bin auch da. Ja. Hä? Ist da eine reingesammelt? Ich bin drin. Okay, ich habe ein Shield, ne? Cool. Ich mache es nämlich auf jeden Fall. Ja, nur falls einer hinter mir laufen möchte oder so. Ich schieße durchs Fenster. Ich angle mich da oben. Ich lege draußen auf dem Dach. Habe den Raum im Visier. Kann einer das nötige Fenster öffnen. Welches? Dieses hier? Das mittlere. Das mittlere. Da wo Ralf ist. Da wo Gaze rong ist. Sky ist doch schon wieder ey. Die Konami. Ich bin Cluster Charge. Ohaja. Ich bin da why. Ich bin down auf Fenster. Cluster Charge! Lieb! Dass habe ich auch blöd gemacht ey. Ich konnte nicht auf Fenster unschießen sollen. Hey Alter, das ist richtiger dreckiger Muckefuck, weißt du das? Das ist halt nicht Minecraft. Ich find's cool, ich schaffst das wie Spider-Man mit dem Kopf über Fenster hin. Ja, ist am einfachsten so. Sollte mal reingehen, irgendeiner, wir sitzen jetzt alle im Fenster. Komm mir so leider nicht rein. Gucken sie jetzt. Achso, du musst da schon. Dir geht es nicht, ne? Ja, ist ja sehr schwer. Achso, hatte recht vor dir. Geil. Ganz gut gemacht. Ach. Abgratzen, unter Ahnung, was ich hab hier. Ich kann, dass man keine Waffen von anderen Leuten aufheben kann. Ich glaub das Schild kann man aufheben. Da ist ein Job. Ein, einer ist down. Hinten in der Ecke sitzt der. Ganz hinten in der Ecke. Ich glaub noch eine Minute 16. Da sind zwei sogar noch. War der nicht an deinem Flo links? Einer ist da und der andere da. Alles klar, das reicht. Da schaffst du noch mal. Aufheben können wir dann weiter. Einer ist das alles. Der hatte ja nur nen scheiß Scharschützen gewährt. Das wäre ja nicht gefahr ob ich irgendwie das Schild aufheben kann oder so. Aber dass er dich da noch getroffen hat, ne? Ich verstehe gar nicht, warum, wenn ich so ein Schild hatte, warum keiner mitgekommen ist. Ich hatte drei Leute, die hätten wir so wegnehmen können am Anfang. Sander, warum keiner mit dir mitkommt, ist doch ununsichtlich. Nein, es ist nicht. Nein, es ist gemein. Ja, das war's. Wir haben verloren. Sander, dann sag du doch mal, warum. Nein, das war's. Wer hat denn den Anfang gemacht? Sander. Weil du die Workbench nicht gebaut hast am Anfang. Ja, Mann. Ich hab die Kohle vergessen und bin dann die Wand vorbeigelaufen. Mann, ich bin auch ein Nupe. Weil man die auch von der Workbench braucht. So, dann mach ich halt die Verabschiedung. Tschüss.